Was ist denn das für ein Bild? Das war mein Freund Tabela, das war eine Kinderzeichnung, aber da ist jetzt dich und Julia brauchst du nicht mehr. Was ist denn das für ein Bild? 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 Aha, was soll das heißen? Wir sollten ihn wahrscheinlich nicht kennen, weil ich habe so ein Bild. Okay, ich kann lesen, aber wieso sollte ich... Glaubst du es einfach? Das war nicht schlimm. Wer soll es gewesen sein? Okay, wer soll es gewesen sein? Keine Zeißel, dann komm jetzt. Was ist denn das für ein Bild? Okay, was ist denn das für ein Bild? Wir müssen hier suchen und finden und finichten. Okay, also wir finden und finichten eine Zeichentrickfigur. Hast du mir letztendlich? Nein, ich denke wir sollten einfach nach Hause gehen. Wir suchen ihn jetzt, komm. Was? Was war das? Ja, glaubst du mir zumindest, es gibt ihn wirklich. Das ist ein absoluter Albtraum. Was tun wir jetzt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Weißt du was? Ich bin wichtig! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018